Wir alle kennen die Namen der britischen Royals. Herzogin Camilla, Prinz William oder auch Prinz Andrew. Mit diesen Namen werden sie vor allem in der Öffentlichkeit angesprochen. Allerdings sind das nicht ihre vollständigen Namen, denn diese sind um einiges länger. Beginnen wir mit Königin Elizabeth II. Bevor man sie als die Königin von England kannte und sie nur noch unter dem Namen Königin Elizabeth oder Queen ansprach, hieß sie Elizabeth Alexandra Mary Winter. Der verstorbene Mann von Königin Elizabeth ist unter dem Namen Prinz Philip bekannt. Sein Geburtsname lautet aber eigentlich Philippos Andreo von Griechenland und Dänemark. Prinz Charles vollständiger Name lautet Charles Philip Arthur George Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothschild und Duke of Edinburgh. Seine Frau, Herzogin Camilla, hat ebenfalls einen weiteren Vornamen. Eigentlich heißt sie Camilla Rosemary, Duchess of Cornwall. Den zweiten Sohn von Königin Elizabeth kennt man unter dem Namen Prinz Andrew. Sein vollständiger Name ist allerdings Prinz Andrew Albert Christian Edward, Duke of York. Prinz Andrews erste Tochter bekam bei ihrer Geburt den Namen Prinzessin Beatrice Elizabeth Mary of York. Mittlerweile ist Prinzessin Beatrice verheiratet und nahm den Namen ihres Mannes an, Prinzessin Beatrice Mrs. Eduardo Mapelli Mozzi. Seine jüngere Tochter ist unter dem Namen Prinzessin Eugenie bekannt. Ihr vollständiger Name lautet allerdings Prinzess Eugenie Victoria Helena of York. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 lautet ihre offizielle Anrede Prinzess Eugenie Victoria Helena Mrs. Brooksbank. Prinz Edward ist der Jüngste unter den Söhnen der Queen. Eigentlich heißt er Prinz Edward Anthony Richard Louis Earl of Wessex. Auch Prinz Edward hat zwei Kinder. Lady Louis Windsor ist die Erstgeborene und heißt mit vollständigem Namen Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor. 2007 wurde sein Sohn James geboren. In der Öffentlichkeit ist er bekannt unter dem Namen James Viscount Severn, doch eigentlich heißt er James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor. Prinzessin Anne ist die einzige Tochter von Königin Elizabeth. Bei ihrer Geburt wurde ihr der Name Anne Elizabeth Alice Louise Princess Royal gegeben. Auch Prinz William hat einen viel längeren Namen. Prinz William Arthur Philip Louis Duke of Cambridge. Sein jüngster Sohn Prinz Louis erhielt demnach seinen vierten Vornamen. Vollständig allerdings heißt der kleine Prinz Prinz Louis Arthur Charles of Cambridge. Prinz George ist das erste Kind von Prinz William. Bei der Geburt erhielt er den Namen Prinz George Alexander Louis of Cambridge. Im Jahr 2015 kam Williams Tochter Prinzessin Charlotte auf die Welt. Ihr vollständiger Name lautet Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge. Wusstet ihr, dass Prinz Harry eigentlich gar nicht Harry heißt? Eigentlich heißt er nämlich Prinz Henry Charles Orbert David Duke of Sussex Earl of Dumbarton Baron Kilkeel. Wenn es um königliche Namen geht, spielt vor allem die Geschichte des Stammbaums der Familie eine große Rolle. Einige der Namen sind beliebte Monarchen der Vergangenheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020